Packende Ringer Reportage präsentiert von folgenden Firmen. Der Johnny Meint. Der Johnny Marosch-Wöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergiswil und fundierter Könner der Ringer-Szene, analysiert exklusiv Telenapf Telezentralschweiz die laufende Saison. Spannend, die letzte Runde des Halbfinals. Am Samstag trifft Freiamt auf Krieseren, entscheidend für ein Halbfinal, denn gewinnt Krieseren kommt zum Halbfinalduell Willisau-Hergiswil. Weiter trifft Willisau zu Hause auf Schattdorf, Telenapf ist dabei und Hergiswil auswärts auf Einsedle. Wer gewinnt, der Johnny Meint. Wer erwartet. Wer erwartet. Das habe ich. Ich mache mir. Werають im극 sein. Wer kommt Zeit. Musik Also zusammengefasst heisst das, wenn Freiam gewinnt, ist Willisau viert und es kommt zu dem Hauptfinalduell, erstens Willisau-Kriesere und zweitens Freiamt-Hergiswil. Gewinnt aber Kriesere ist Freiam viert und es kommt zu dem Hauptfinalduell Kriesere-Freiamt und Hergiswil-Wilisau. Das meint der Jonny und was meinst du? Säge uns die Meinung auf Facebook oder YouTube, Stichwort Ringe-Telenapf. Ringe dank starker Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert. Ringe-Telenapf. Ringe-Telenapf. Vielen Dank.